ja servus freunde heute komme ich wieder mit einem kleinen quicktipp für euch ihr habt heiße pfanne oder heiße tassen oder heiße becher bei heißen häferl habt keine handschuhe dabei und wisst nicht wie sie vom feuer weg bringt oder von eurem koch herunter weil man die hänkel nicht angreifen kann weil es so heiß ist dann zeige ich euch jetzt einen trick wie einfach das gehen kann ja freunde ihr kennt das ja alle ihr habt eine pfanne ihr habt diese becher mit den hänkeln die stehen am feuer oder im lagerfeuer drinnen und man kann diese hänkeln vor hitze gar nicht mehr angreifen passiert auch auf kochern habt natürlich nicht unbedingt eine zange dabei oder auch keine handschuhe vergessen oder sonstiges das macht jetzt gar nichts ihr braucht das einzige was ihr benötigt sind zwei solcher stecken und wie man die einsetzt zeige ich euch jetzt einmal ihr habt hier diese becher stelle mir den vordergrund und diese zwei stecken und die fährt man hier übers kreuz durch ich zeige das gleich einmal mit der kamera aus der nähe verkante die beiden dann kann man das ganze mit einer hand schön halten kann auch wunderschön damit ausgießen da passiert gar nichts das geht pipi feins also da könnt ihr arbeiten wie wenn er normal in der hand hält beim runter stehen einfach wieder ablassen die spannung entnehmen und die steckerl rausziehen und das war's aber jetzt schauen wir sich das näher an ja ihr habt hier eure beiden steckern wie gesagt da steht im feuer auf dem koch oder sonst wo fährt mit den einen stecken hier quer durch und mit den anderen von der anderen seite und dann zieht ihr die stecken nur nach oben die verkanten sich hier mit und man kann das eigentlich wunderschön halten man kann auch hier sehr schön damit ausgießen also das funktioniert da los ihr müsst ihr nur immer auf spannung halten denn sobald die natürlich die spannung verlieren rutschen sie raus aber nochmal einmal durch von der seite einmal durch von der seite und dann einfach in die höhe ziehen und verkeilen das funktioniert natürlich mit jedem becher auch mit diesen das ist egal die kann man alle so halten das ist das einfachste wie man einen heißen becher herauskriegt und dasselbe funktioniert auch mit der pfanne das geht auch zum beispiel mit einer der donker pfanne da schaut es ein bisschen anders aus wir fahren mit der einen schräg rein mit der anderen auch schräg rein und müssen jetzt das ganze nach hinten anheben wenn hier ein gewicht drinnen ist dann hält das sowieso noch viel besser je schwerer desto besser hält es und so kann ich jede pfanne von überall raus heben rein hebeln wo ich will oder auch wieder gemütlich wohin stellen wie gesagt die müssen nur weiter durchstehen und sich dann an der pfanne abstützen dann funktioniert das ganze da los ja freunde ich hoffe ich konnte euch hier ein bisschen was neues wie ich zeigen den trick gibt es ja schon länger da bin ich auch nicht der erfinder davon aber vielleicht hilft es den einen oder anderen damit er sich nicht die finger verbrennen und in dem sinn sage ich wieder mal danke fürs zuschauen und ciao und sehamos So.